Lkw und Busse zahlen schon heute über 1,2 Milliarden Euro Maut auf Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen. Geht es nach einzelnen Bundesländern, soll unsere Wirtschaft noch viel kräftiger zur Kasse gebeten werden. Geplant ist eine Megamaut für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen auf allen Landes- und Gemeindestraßen. Bei einem Durchschnitt von 30 Cent Maut pro Kilometer geben sich zusätzliche Kosten von rund 650 Millionen Euro für Österreichs Wirtschaft. So führt die Verteuerung der Transportkosten rasch zu einer Schwächung von ländlichen Regionen und auf Dauer zu Arbeitsplatzverlusten. Die Wirtschaft wäre über kurz oder lang gezwungen, die erhöhten Transportkosten an den Konsumenten weiterzugeben. Das könnten bis zu 77 Euro mehr pro Jahr für jeden von uns werden. Auch öffentlicher Verkehr und Tourismus sind durch steigende Kosten bei Busfahrten betroffen. Damit nicht genug. Für die Einhebung der Maut ist ein teures Satellitentechnologiesystem notwendig. Ein großer Teil der Einnahmen würde dadurch schnell wieder aufgezehrt. Viel Geld. Wofür eigentlich? Für den Ausbau und den Erhalt der Landes- und Gemeindestraßen ist genügend Geld vorhanden. Nur wird es dafür nicht verwendet. Die neue Megamaut ist vielmehr dazu da, Budgetlöcher zu stopfen. Dafür soll die heimische Wirtschaft herhalten. Und deshalb sagen wir Nein zur Megamaut. Nein zur Megabelastung für Österreichs Wirtschaft. Nein zu Megakostensteigerungen für uns alle. Megamaut? Nein, danke.